Ist hier drin, Bling Bling? Ja, Bling Bling. Da hat jemand gut gehört, der Schlachter hat ein Kind bekommen. So, so, der Schlachter und die Köchin. Ich sehe schon, was hier oben läuft. Das passiert also, wenn man einen Raum hat, der keine Abtrennung hat. Ja, da müssen... Zombie? Ah ja, ich habe mal wieder hier nicht ausgeleuchtet, glaube ich. Ja, ich habe Monster-Boden und Dachboden gemacht. Oh Gott, da sind ja übelst viele drin. Da sind ja übelst... Ich bin tot, glaube ich. Ah, habe ich gerettet. Puh, besser als spontane Selbstverfehler-Erfältigung. Ja, glaube ich auch. Jetzt wisst, ganz ehrlich, wir sind hier definitiv bei den Weasleys. Das sind nämlich die Ghouls im Dachboden. Oder der Ghoul im Dachboden. Ja.